Zahlen weg. Ja Knolle da hast du, da war die Zeit in den Stream investiert schon mal, hat sich schon mal bezahlt gemacht. Hast du eine neue Lootstelle kennengelernt. Also das mache ich, eigentlich gehe ich gerne mit Benji mal hier in Woods immer so ins Dorf oder so. Also eigentlich hast du dort relativ Ruhe, sage ich mal. Natürlich gibt es dort Schießereien und Scavs sind auch immer reichlich da. Aber es ist halt nicht so ein Hotspot wie alles andere. Aber auf Dauer ist das natürlich auch langweilig. Meistens hole ich mir hier mein Essen, weil sonst gibt es halt auch Zeiten, da kannst du das Essen einfach nicht bezahlen. Dann bezahlst du für so eine kleine Dose Tuschonga oder hier Sauri. Ist vom Sauri. Bezahlst du... Scheiße. Ich habe mein Auto verpasst. Fuck. Zu viel gequatscht. Bin ich doof. Jetzt kann ich bis zum Outscourt latschen. Alter Scheiße. Scheiße, wo ist er denn? Scheiße, wo ist gehen. Ich blase das rein. Ich bleibe schon. Shut ground. 강ateب Nein, ich los bin. Nein. Das geht doch wieder nicht gut aus für uns. Ich will doch nur in den scheiß Raum. Die machen sich gemütlich da draußen. Soll ich noch Kaffee und Kuchen rausbringen? Nervenkitzel. Ich bin aufgeregt, Leute. No way, man. Leck mich am Arsch. We are coming, you hear? Ach, leck mich doch am Arsch, Aldo. So, was haben wir hier? Oh nein. Leck mich doch am Arsch, Aldo. Ich habe langsam die Faxen dick. So, was haben wir hier? Ja, du blöde Sau. Das geht mir auf den Sack, Aldo. Jetzt bin ich doch gleich wieder tot, Aldo. Scheiße. Ich war doch ruhig, Aldo. Woher hat er das hier gewusst, dass ich da drin bin? Genau dort schiebt er seinen Wasserkopf rein. Braucht jemand ZB014? Felix, ich glaube, du brauchst noch ZB014. Stopp. Vor uns. Schmeiß eine Granate. Nicht doch auf uns. Vor uns. Er ist rechts lang. Ach so. Oh, Ander. Ui. Von hier vorne, von hier vorne. Ja. Hast du? Weiß ich nicht. Die Granate kommt. Ja, ich mach dich nicht. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, war ein Skev. Ein Skev-Spieler? Ja, das war ein Skev-Spieler. Nein, also, könnte ein Skev-Spieler gewesen sein, aber jetzt war es ein Skev. Hat zwei Namen gehabt, ja? Nee, ich glaube, es war ein Bär. Bush-Robot. Robic. Was? Bush-Robic oder Bush-Robot. Naja, es ist kein Skev, glaube ich. Oh, ich hab ihn umgeniedert. Oh, ich hab ihn umgeniedert. Also hinten ist keiner drin. Nee. Du bist vorne, ne, Matzes? Bist du? Ich bin jetzt drin, ja. Ich bin jetzt drin, ja. Vorne ist Tim, glaube ich. In der Küche, ne? Ich bin vorne in der Küche, ja. Ja, ich sehe dich. Aber sicher, da kann der ja noch oben sein, ne? Ja, ist auch oben. Äh, scheiße. Keine Granaten. Oh doch, ich habe eine Granate. Ich habe eine Granate mit. Okay, pass auf. Ah, ich habe es in die falsche... Oh, Mist. Ich habe es in die Küche geschmissen. Ich habe ihn. Oh, super, Matze. Aber ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich kann nur durch die Front. Nee, nee, du kannst hier links, wenn man links lang geht, kannst du uns treppen. Wir müssen am Auto vorbei und dann kommst du da rein. Dann komm ich doch nicht über diese Sperre. Das Zweierdorms hat doch im Erdgeschoss so eine... Ja, wir laufen... Zweite Etage nicht. Zweite Etage nicht. Du läufst halt... Ich muss doch aber in die erste, in die 114 hin. Gibt es eine Treppe, da kann man runterlaufen, Beutel. Da haben sich schon Leute den Kopf gemacht. Wieder aus der Zeit. Leute, du kannst doch ganz einfach mal da ganz hinten rum durchs Bad gehen. Ja, ich... Du bist genau an der Tür. Du bist genau an der Tür. Das haben wir ja vorhin schon praktiziert. Wo seid denn jetzt, ihr Knilch? Wo sind die anderen? Ich bin vorne am Zweierdorms und laufe jetzt gleich die Treppen hoch. Ah, okay. Beutel stirbt schon. Aber danke, Matze, für den Hinweis, dass ich ja einmal auf die Treppe laufen kann. Ja, 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 fern. Da ist ein Schloss davor, verfickte Scheiße. Irgendwann kommst du rein, zweite Etage. Das Auto ist nicht da dieses Mal. Nee, da ist das Gitter, da komme ich überhaupt nicht rein. Du bist in die Eins reingerannt, Alter. Ich bin oben, da war ein Schloss davor. Oben die Tür ist zu. Die andere Seite, die öffnet sich. Nein, du kannst nur an der zweiten Etage, du kannst nicht in die dritte Etage... Nee, Quatsch, gibt's gar nicht. Das ist hier. Bist du in der Richtung reingerannt? Hä? Hey, hier ist der zweite... Der erste Teil ist noch... Der ist ins Dreierdorms reingerannt, Alter. Nein. Du kommst nicht durch das Gitter durch. Wie oft denn noch... Was denn für ein Gitter, Alter? Ich guck jetzt. Der erzählt doch Käse. Was erzählst du? Ich bin drin jetzt in dem Raum, wo ich hin muss. Da ist ein Gitter, wenn du vom... Ich bin tot, jemand hat auf mich geschossen. Ach, du bist tot? Ja, als der zweite Drang. Alter, so eine dämliche Wurzel, ne? Ja, ja. Ah, sinnlos. Der war bei mir auch, ich musste springen. Nicht, dass er da oben hockt. Hm. Kann natürlich sein. Im ersten Moment kann ich da gar nichts sehen. Nee, ich sehe sowieso nichts. Oh, da unten. Links, links, links. Granate von mir. Okay. Granate von mir. Am Boot? Achso, vom Boot? Sind zwei, sind zwei Klaus. Am Bus war hinten auch noch einer. Hier oben. Da, links in der Ecke ist er. Down. Ja. Ach, wie er da hängt, wie so ein Schluck Wasser. Hm. Ja. Das ist für Whisky-Cola-Art. Da kann man nehmen. Oh, hier ist ja nicht irgendwo dieser Stech. Ja, den klau ich jetzt. Ja. Okay. Soll ich jetzt bei schießen? Ja, überhole ich dich. Ihr Witz, Beute. Ey, jetzt. Sveni, grüß dich. Herzlich willkommen. Hallo Sven. Oi, nice. Okay, na dann. Achso, nee. Wir sind ja noch gar nicht an dem Ding mit dem Safe. Das ist ja hier auch das A. Nee. Ist ja erst da drüben. Nee, hatte ich nicht. Hä? Ich hatte doch schon ein DVD-Laufwerk reingesteckt. Wo ist denn das hin? Haha, nein. Das habe ich rausgelootet aus der Stech. Achso. Ich habe es dann aber weggeschmissen, weil ich es brauche. Du Idiot. Ich hatte es doch aber schon im Rucksack. Tja, glaube ich nicht, Kollege. Hä? Das muss ich mir im Stream nochmal angucken. Wo lauft denn ihr jetzt hin zur Wetterstation? Sondern verschiedene Missionen, die echt manchmal an die Nerven gehen. Also ich hatte letztens die schwerste, für mich die schwerste. Ey, was machst denn du? Du läufst auf der Stelle, Alter. Echt? Nö. Hä? Stimmt was bei mir nicht. Ich sehe dich da hinten auf der grünen Wiese. Also ich renne jetzt Richtung Ausgang. Bist du schon vorne? Ich bin ja. Okay, dann komme ich halt mal mit. Ich gucke hier irgendeinem Schreckgespenst zu, die es auf der Wiese trampelt. Ach, gucke hier. Oh, Alter. Wieder geölte Blitz. Laufen wir hinten raus, Haupteingang. Wir nennen das immer Haupteingang. Ich glaube zwar nicht, dass es der Haupteingang ist. Aber am Seeufer entlang, oder? Ja, ja. Schön geschmeidig. Der ist tot, der ist tot. Das hat er bereut. Oh, Alter, wieso war meine Knachel leer? Alter. Oh, Alter. Hab ich mich erschrocken. Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Oh, mein Schädel ist weg. Junge, 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 Junge. 州 friendly equator. Ja. Ich vermut. Junge, Junge, Junge. Run. Aus kann mir. Aus acompan. Wo battleür mich schwer auf der Glocke. Fernume,ene. Ah, Istanbul. ÖzgersNEY ride.